Musik Hallo Leute und willkommen zu diesem kleinen SSO-Update-Video. Und zwar, ähm, diese Woche sind ja endlich die neuen Farben der Morgens gekommen. Und zwar einmal gibt es das neue Schwarze mit gewählter Mähne, dann ein Weißes und noch so einen schönen Kohlfuchs. Ähm, und die habe ich mir auch auf meinem anderen Account schon geholt, beziehungsweise nur den Kohlfuchs. Weil ich persönlich jetzt finde, dass die Schwarzen, ähm, also der Schwarze und das Weiße irgendwie eins zu eins aussehen wie, ähm, die Araber. Aber das ist jedem jeden Tag überlassen, wem was gefällt. So, was hat es nochmals gegeben? In Fort Pink, da hat der Pferdemarkt, ähm, wieder eröffnet. Und dort kann man dann wieder da die Quest abschließen. Zudem sind die Strandquests noch bis 2. August verfügbar. Also, wer jetzt das jetzt noch machen möchte, der hat jetzt die Woche noch die Chance dazu. Und dann gibt es noch neue Ausrüstung. Also, ich habe da jetzt nochmal grob durchgeschaut und ja, also da gibt es ein paar Sachen dabei, die wohl ganz gut aussehen. Und ja, mal schauen, wie ich da zum Sparen komme. Mal schauen. So, und das war eigentlich soweit alles. Quests gibt jetzt diese Woche keine großen. Also, bis auf den Pferdemarkt, aber das ist ja wie jedes Mal, wenn der eröffnet. Und ja, sonst gibt es eigentlich da gar nichts mehr groß zu sagen. Und ja, dann könnt ihr auch gern beim nächsten Mal wieder einschalten. Ähm, noch eine kurze Info hinten dran, ich bin die nächste Woche wieder nicht, also wieder eine Woche nicht da. Das heißt, dass wenn keine Videos kommen, dann aber dafür wieder die Woche darauf. Also, dann sage ich schon ein Danke fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gern beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin. Tschüdlele. Tschüdlele. Tschürek. Tschüины. Tschüü形.